Bonjour et bienvenue dans la vidéo de l'exercice avec O, U, U. Herzlich willkommen in diesem Übungsvideo. Ich werde dir zuerst Wörter zeigen, die entweder ein O, ein U oder ein U enthalten. Du sollst dich für dich laut aussprechen. Danach spreche ich sie aus und so kannst du überprüfen, ob du richtig gelegen hast oder nicht. Im zweiten Teil des Videos zeige ich dir ganze Sätze. Auch hier gebe ich dir Zeit, um den Satz laut auszusprechen. Und danach spreche ich ihn aus, damit du überprüfen kannst, ob du richtig gemacht hast. Ok, c'est parti. Los geht's. Pour Tu Chocolat Pour Tu Chocolat Souris Musique Judo Souris Musique Judo Gomme Écoute Occupe Gomme Gomme Écoute Occupe Gomme Écoute Occupe Utile Util Fou Porte Util Fou Porte Und jetzt zu den Sätzen. Ich merke gerade, ich habe vergessen ein E. Grau zu markieren. Das mache ich gleich. Genau. Un Fou porte une Souris. 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 Du Ecoute De La Musique Tu Ecoute De La Musique Tu As Une Gomme Tu as une gomme Léo Léo Ecoute Sa Copine Léo Ecoute Sa Copine Amine La Amine Amine La Quelle Amine Léo Judo avec Mamadou Arthur fait du Judo avec Mamadou Oh, une souris, c'est une Catastrophe Oh, une souris, c'est une Catastrophe Hier zwischen den zwei Wörtern, c'est une, kann man auch das t verbinden Also man kann auch sagen, c'est une Catastrophe Das ist möglich Mündlich macht man das manchmal Wenn man einen Text vorliest, macht man das immer Aber es ist, wie gesagt, kein Muss C'est fini, bravo ! C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini